So, jetzt aber. Wir können auch eine andere Taktik versuchen. Warum fahren die hier jetzt gerade spazieren? Wo ist es? No, komm, ja, Bubi. Hey, wer ist da? Hm, ich hab doch was gehört. Was immer das war, findet es! Scheiße, wessen Leiche ist das denn? So, den haben wir, den haben wir weg. Ich hoffe, die machen keinen Alarm. Oh, was geht gerade denn hier? Wir sind in einer halben Minute da. Wir kommen aus dem Süden. Wir haben die Spritze nicht hergestellt. Schnell die Spritze herstellen. Na, wie schmeckt dir das? Verstärkung kam ja... Nein, 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 nein! Oh, da brennt alles. Ja, ich darf auch keinen Bug nachher alles nutzen und... ...durch den Zaun schießen. Nun, das war ja kein Bug. Das müsste ja eigentlich gehen. Oh, bitte. Pfff! So, soweit sind wir schon. Oh! Guck, die ist nicht alles... Pfff! Pfff! Oh, kacke! Es ist Auto explodiert! Eieieiei! Da oben ist doch ein Scharfschütze, glaube ich. Ja, brenne! Wir kümmern uns jetzt mal um... ...bisschen Fütze, glaube ich. Okay, wir gehen mal da hinten rum. Da ist nämlich auch noch einer. Seht ihr denn? Es ist ein Digger auch noch. Ja, super. Oh, Mann. Hier ist ja was los. Erledigt. Der Dicke macht mir bisschen Sorge. Der Dicke macht mir... ...bremschen... ...bremschen... ...zorgen. Aber er ist weg. Unerahmenden Stößten. Naja, das war ja mal eine harte Nuss hier, ne? Alter Falter. Alter Falter. Feuer! 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 Ja, Feuer. Überall Feuer. Das habt ihr schon richtig mitbekommen. Feuer! Wir haben den Außenposten. Aber es gibt immer noch Arbeit. Ja, ich weiß, es gibt noch Arbeit. Aber ich muss... bin auch fast pleite. Früher war es so schön hier. Lange her. ... 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 ein bisschen gab es ja was und munition auffüllen und oh das ist ja teuer spezielles zurück einzigartige waffen mann wir kennen haben nein die ist ja 2600 die sind ja mal gut aus behalten wir uns mal im auge im Kopf meine ich so da ist noch eine Kiste da hinten ist auch schon noch eine Kiste und dann gucken wir mal was der uns für eine Todaufgabe hat Entschuldigung so, gucken wir mal Töte den Piraten im alten Bunker okay na, dann machen wir das ähm, alles kaputte Autos hier ich hab Waffen kein Grund zur Sorge ja, könnten wir aufräumen hier, bis ich wieder da bin, ja so so sieht's nämlich anders was so mal gucken wir uns das mal an hier im alten Bunker ja, der wird hier nicht alleine sein, nehme ich an, ne da ist schon mal das ist unser Ziel, ne, das ist nicht unser Ziel der ist weg der ist weg jetzt zu dir, Kollege ach, daneben boah, alter alter, hör auf damit so 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 die so die die ich nämlich mal auch die ne Wann ist hier was los? Alter, Alter! Wir müssen den Kommandanten finden. Wann gucken wir mal im Grunde drüber, was sich da vertreibt. Nein! Wo treibt er sich rum? Das müssen wir dann aufpassen, nicht dass mit einem ausser Seventil gepflegt ist. Ich habe ihn aber nicht mit dem Messer getötet. Ich habe ihn nicht mit dem Messer getötet. Da unten müssen wir hin, da ist Bug. Naja, trifft sicher gut. Und eine Kiste, sehr gut. So, in dem Bunker muss ein Brief liegen. Gehen wir doch mal da rein und holen wir uns den. So, einen Brief haben wir. Und dann gehen wir mal weiter. Oh, was hat sie denn noch? Ein Relikt ohne Kiste. Und eine Leiche. So, und wie werden wir da reinkommen? Kommen wir da irgendwie rein? Hallo? Gibt es hier einen Eingang? Ja, gibt es... Mhm. So. Machen wir uns halt den Eingang frei hier. Unrenickt. Sehr schön.